Fragen zur Jagd Darf man auf den Hochstand klettern? Jagdeinrichtungen, so wie der Hochstand, wo ich jetzt eben herinnen sitze, das errichten wir Jägerinnen und Jäger und das ist somit auch unser Eigentum. Das heißt, die dürfen nicht betreten werden. Das ist genauso wie wenn man Hütte im Garten hat und da wird plötzlich wer drinnen sitzen, wird man das wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gern haben. Und genauso ist es auch mit den Hochständen. Was wir auf jeden Fall machen, das ist, dass wir in regelmäßigen Abständen kontrollieren, ob die Hochstände auch so passen, also ob die Leitern gut sind, ob da auch die Sprossen alle halten, machen wir natürlich auch zu unserer eigenen Sicherheit.